Ja, hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Heute können wir leider nicht schneiden und Intro und sowas alles können wir leider nicht machen, weil ich meinen Laptop nicht dabei habe, aber wir können trotzdem filmen. Das ist ja auch was. Ja, wir machen jetzt eine Challenge und zwar... Die Unterwasser-Challenge! Ja, wir legen uns jetzt in diesen See. Schwach. Ja, Bach ist ja das Gleiche. Und wer länger aushält, also wer eher aus dem Fluss rausgeht, also beziehungsweise aufsteht, der hat verloren. Und wer länger drin bleibt, hat die Challenge gewonnen. Wir müssen uns danach noch eine Bestrafung aussetzen. Okay. Der Verlierer kriegt die Bestrafung und zwar kriegt er Catch-Up auf den Kopf. Auf den Kopf. Ich fall gleich schon. Man muss sich hier noch ein bisschen hinschalten und wir wollen uns abschalten. Jetzt absteigen. Aber wir gehen noch nicht rein, wir stellen uns in den Kopf vorbei. Wir werden erst ein bisschen reinbezogen. Wir müssen erst... Wir müssen uns reinstellen. Wir haben... 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 ganz eher rausgegangen, eher hochgekommen und rausgegangen, erst später Ketchup auf dem Kopf und dann denken wir uns jetzt noch die Fähigkeit auf, die wir hier machen können, auch mit Bestrafung und wir sind jetzt hier am Campingplatz, die paar Tage jetzt noch von der Woche und nächste Woche auch noch. Wenn ihr das Video seht und noch weitere Sachen habt, die wir hier machen können und plus Bestrafung natürlich, schreibt es einfach unten in den Kommentaren und vielleicht machen wir es ja für euch. Und jetzt lege ich mich zum Abschluss auch mal rein, weil das eigentlich sehr kalt war, aber ich will mich jetzt auf dem Kopf. Bauch. Okay. Davon können wir ja auch nicht mit irgendeiner Schleppchen. Drei, zwei, eins. Boah, wenn der Kopf richtig im Sand drin ist, ne? Dann kommt das Wasser unter dem Sand so hoch und drückt dich hoch, das ist so richtig arschkalt. Dann denkt man, das ist unter 0 Grad. Unter 0 Grad wäre das doch eingefroren, das Wasser. Dummes Kind. Boah, jetzt habe ich schon Bier auf dem. Ja, weil du dumm bist. Habt ihr noch raus? Kann ich wegmachen? Ja, kannst du auch raus. Komm. Für das nächste Video, schreibt es in den Kommentaren! Sie machen doch eh noch die Bestrafung. Ja, wir hatten leider keinen Ketchup mehr, deswegen nehmen wir jetzt Senf. Und jetzt musst du es mit anderen verteilen, weil es ist langweilig. Schöne Haare. Gut, dass ich die Bestrafung nicht bekomme. Und jetzt der Hochstyle. Ich steile sie hoch mit Senf. Seht meine Haare. Ja. Ist da eine Flüge drauf? Nein, die ist gelb. Du musst sie hochstylen. Sieht aus wie blondgelbe Haare. Ich. Ah, jetzt kommt sie mit der Kopfhaut drauf. Oh. Au. Ach, stimmt's so. Duck. Jetzt duck dich mal, dass man dann auf den Kopf gucken kann. Oh, das stinkt. Okay. Jo, das war's mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, dann liked es. Und abonniert uns. Und wenn ihr noch welche Ideen habt, schaut euch in den Kommentaren. Ja. Ja, 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 ja.